Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Musikstunde. Heute spielen wir ein Kinderlied Unsere Katz hat Junge. Unsere Katz hat Junge, 1, 2, 3, 4, 5, kommen angesprungen, leise wie auf Strümpf. Es geht Unsere Katz hat Junge, 1, 2, 3, 4, 5, kommen angesprungen, leise wie auf Strümpf. Und das Lied Unsere Katz hat Junge, wir nehmen die Hand in die Luft. Und spielen 5, 4, 3, 2, 1, 1, und nochmal. 5, 4, 3, 2, 1, 1, der Text. Unsere Katz hat Junge. Es geht weiter. 1, 2, 3, 4, 5, nochmal Luftklavier von vorne bis dahin. Unsere Katz hat Junge, 1, 2, 3, 2, 1, 1, und nochmal. 5, 4, 3, 2, 1, 1, und zum Schluss. Leise wie auf Strümpf. Da spielt ihr 1, 2, 3, 2, 1, und nochmal. 1, 2, 3, 2, 1, wir spielen mit Luftklavier das ganze Lied. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1. Gut gemacht. Kommt her an die Tasten. Ihr braucht die 5 Töne CDEFG. Ich habe blaue Aufkleber drauf gemacht. Ihr legt die Hand so drauf. Wenn ihr keine Aufkleber habt, dann nehmt euch einen Knopf oder ein rundes Teil. Da, wo die schwarzen Zwillinge sind, die berührt ihr mit den zwei langen Fingern, auch berührt sie nur. Dann liegt der Daumen auf dem Zeh. So könnt ihr es auch machen. Dann habt ihr den ersten Ton. Da mich der Knopf stört beim Spielen, mache ich ihn jetzt nach hinten und ich habe meine blauen Aufkleber. Hört ihr. Unsere Kanz hat Junge, 1, 2, 3, 4, 5, kommen angesprungen, leise wie auf Strümpf. Es beginnt mit 5, 4, 3, 2, 1, 1. Spielt mit und 5, 4, 3, 2, 1, 1. Und jetzt geht es aufwärts. 1, 2, 3, 4, 5. Von vorne bis dahin. Unsere Kanz hat Junge. 1, 2, 3, 4, 5. Und nochmal. Unsere Kanz hat Junge. 1, 2, 3, 4, 5. Es geht weiter, ich spiele es euch vor. Kommen angesprungen. Und spielt mit. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Und der Schluss heißt. 1, 2, 3, 2, 1. Und. 1, 2, 3, 2, 1. Wir spielen von vorne. Es beginnt mit dem fünften Finger. Und 5, 4, 3, 2, 1. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 1, 2, 3, 2, 1. Und nochmal miteinander. Ich begleite euch ein bisschen. Und. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 2, 1. Nochmal mit Text. Unsere Katz hat Junge. 1, 2, 3, 4, 5. Kommen angesprungen. Leise wie auf Strümpf. Gut gemacht. Drückt auf Pause. Und spielt das 3-5 Mal für euch alleine. Das habt ihr gut gemacht. Quatsch. Bis hierher habt ihr es gut gemacht. Wenn ihr das könnt. Quatsch. Ihr habt es prima gemacht. Ich sage für heute Tschüss. Bis zur nächsten Musikstunde. Tschüss.